Servus, noch habe ich Dere beim Holzbastler. Heute macht man eine Vorrichtung für Flachtuhlfressen. Und wenn ihr sehen möchtet, wie es geht, schaut einfach zu. Ich habe jetzt so eine Dreischicht Holz genommen, oder wie das heißt. Und da werde ich gleich einmal anfangen. Ich habe jetzt keinen Plan. Ich werde jetzt da 20 cm einfach einmal gebraut machen. Da haben wir jetzt einmal müssen. Also so 20 cm werde ich es gebraut machen. Und davon brauche ich zwei Stückchen. Und das schneide ich dann gleich einmal runter. So. Jetzt schauen wir mal. Ich muss da einmal einstellen. Ich stelle mir da einmal genau 20 cm rein. So, dann suppeln wir es mal an. So, dann schlafen wir es auf. So, dann schlafen wir es dann mal. So, wenn wir es an der Hänge kommen, dann Mentor, den darf ich es auf. So, dann probieren wir es dann. So, was ich jetzt vorstelle, was ich sehr angenehm. So, ich habe es jetzt noch mal eine O-Karte raus. Einfach um die 20 cm und dann fahren wir auch. So, jetzt habe ich die Stücke fertig zugeschnitten. Zwei, die haben H genau 20 cm, habe ich schon gemessen. Dann tun wir es jetzt noch eine Schleife und dann bauen wir es insgesamt zusammen. So, jetzt habe ich mir da so einen Winkel hin, so einen Eckenspanner oder wie man das nennt. Nein, Eckenspanner nicht, ich weiß es jetzt nicht. Und jetzt werde ich dann alle Lächer bauen und schrauben. So, jetzt habe ich mir da so einen Winkel hin. So, ich habe jetzt das auch schon zusammengeschraubt, wie man sehen kann, da habe ich ein Schraufeldrad rein und jetzt werde ich auch noch einen Winkel daneben machen, damit das mich aushält. Da habe ich eh noch ein Reststück, wo ich mir schon mal was runtergeschnitten habe und dann tue ich jetzt da noch einen Winkel geschraubt und dann sehen wir uns gleich wieder. So, jetzt habe ich das schon runtergeschraubt, den Winkel und jetzt habt ihr auch was aus. Unten habe ich vier Schraufahne gemacht und oben gerade zwei, aber das reicht. Und dann war es das schon, danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal los, einen Daumen nach oben und unten da, Servus. Bis zum nächsten Mal.